Was ist Freiheit und wie erlangt man sie? Diese Frage beherrscht Alfred Anders' Roman Sansibar oder der Letzte Grund und ist einer der Faktoren, warum es eins meiner liebsten Werke ist, die ich für die Schule lesen musste. Ein anderer wesentlicher Faktor ist die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Der Erzähler springt zwischen fünf Protagonisten umher, es gibt viele Perspektivwechsel und das an einer Stelle sogar mit einem Satz. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ich mir dieses Werk für eine Erzählanalyse vorknöpfte. Und dieser Moment ist nun endlich gekommen. Hallo, ich bin die Schreibtechnikerin Fiael Simarien und auf diesem Kanal rede ich über die technische Seite von Geschichten, analysiere literarische Werke und gebe Schreibtipps. Denn eine gelungene Geschichte ist kein Zufall. Wenn du also keine Videos verpassen möchtest, klicke auf den roten Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und wenn du meine Hilfe bei deinem Romanprojekt brauchst, stehe ich dir gerne mit Beratung und Lektorat zur Seite. Heute machen wir, wie gesagt, eine Erzählanalyse von Alfred Anders, Sansibar oder der letzte Grund. Schnappen wir uns also unsere KPD-Mitgliedsbücher und folgen Genosse Gregor auf die vielleicht bedeutendste Mission seines Lebens. Und dazu klären wir zunächst die Frage, worum es in dem Roman überhaupt geht. Im Jahr 1937 finden sich in Rerig fünf sehr unterschiedliche Menschen zusammen. Gregor, ein intellektueller, junger Kommunist, kommt im Auftrag der Partei in die Stadt. In Wirklichkeit ist er aber bereits desillusioniert und will fliehen. Der Fischer Knutzen ist das letzte enttäuschte Überbleibsel der kommunistischen Partei in Rerig. Zwar kann er auf seinem Fischkutter jederzeit Deutschland verlassen, aber er fürchtet um seine Frau, der das Irrenhaus droht. Der Pfarrer Helanda ist ein konservativer Veteran des Ersten Weltkrieges und als sein amputiertes Bein zunehmend Probleme macht, gerät auch eine Holzskulptur in seiner Kirche in Gefahr. Der lesende Klosterschüler soll als entartete Kunst beschlagnahmt werden. Vergeblich versucht Helanda, der sich mittlerweile in einer Glaubenskrise befindet, den atheistischen Knutzen zu überreden, den Klosterschüler nach Schweden zu schmuggeln. Die schöne junge Judith ist Jüdin. Sie ist verwöhnt aufgewachsen, hat kaum Ahnung vom Leben und sucht verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit. Knutzens 15-jähriger Schiffsjunge beobachtet die anderen Figuren und träumt währenddessen von einer Flucht aus dem Kafrerik, von Abenteuern und von fernen Ländern wie Zanzibar. Gemeinsam beteiligen sich alle fünf an einer Schmuggelaktion. Als Gregor auf den Klosterschüler aufmerksam wird, fühlt er sich von der Skulptur berührt und übt Druck auf Knutzen aus, damit der das Kunstwerk rettet. Kurz bevor die Geheimoperation beginnt, gabelt Gregor auch noch Judith auf. Knutzen und sein Junge bringen die Skulptur und die junge Frau schließlich sicher nach Schweden. Gregor hat dabei auf seine eigene Flucht verzichtet. Der Junge, der in Schweden angekommen, eigentlich weglaufen wollte, kehrt zu Knutzen zurück und Hylander wird erschossen, als er sich gegen seine Verhaftung wehrt. Auffällig dabei ist, dass es keinen zentralen Protagonisten gibt. Es ist wie im Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin. Jede der fünf Figuren ist das Zentrum ihrer eigenen Geschichte, der Erzähler hüpft zwischen ihren Perspektiven umher und nur der Leser hat einen Überblick über das Gesamtgeschehen. Im Unterschied zum Lied von Eis und Feuer jedoch gibt es oft nicht nur eine, sondern mehrere Reflektorfiguren pro Kapitel. Die unterschiedlichen Perspektiven sind also weniger strikt getrennt und das hat zur Folge, dass der Blick auf eine Figur manchmal innerhalb eines Kapitels zwischen Innen- und Außensicht wechselt. So gibt es in Kapitel 22 die Situation, dass Judith die Ankunft eines schwedischen Schiffs beobachtet und mitgenommen werden möchte und dabei von Gregor beobachtet wird, der sich seinen Teil dazu denkt und dabei wiederum von Knutzen beobachtet wird. Wenn es spannend und oder dramatisch werden soll, wird die Außensicht durch die anderen Figuren aber gerne auch weggelassen. Beispielsweise in Kapitel 24, das nur aus Judiths Sicht geschrieben ist. Hier sieht sie zum ersten Mal Gregor und als Leser kann man ihn identifizieren und weiß, dass er sie beobachtet, aber Judith kann ihn nicht einschätzen und als die Situation sich hochschaukelt, bleibt durch das Fehlen seiner Perspektive noch offen, ob Gregor ihr nun helfen wird oder nicht. Zu einer regelrechten Verschmelzung der Perspektiven, der Innen- und der Außensicht, kommt es aber besonders in Kapitel 32, als der Perspektivwechsel sogar mitten im Satz passiert. Diese Perspektiv-Hüpferei, die fließenden Übergänge und das Fehlen eines richtigen Protagonisten sorgen für etwas wie eine Verschmelzung der fünf Figuren zu einem Protagonisten mit fünf Köpfen. Darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Vorher schnell eine technische Einordnung der Erzählperspektive. Wenn wir das typologische Modell der Erzählsituationen von Stanzel heranziehen, beobachten wir Folgendes. Auf der Achse des Modus stehen die Reflektorfiguren im Vordergrund. Auf der Achse der Person liegt eine Nicht-Identität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren vor. Auf der Achse der Perspektive schließlich haben wir es mit einer Innenperspektive zu tun. Die Erzählsituation ist also Personal. Betrachten wir die Erzählung durch das Prisma von Jeannette, stellen wir fest, wir haben einen extra-diegetisch-heterode-diegetischen Erzähler, der die Handlung auf der interdiegetischen Ebene wiedergibt, sowie den Fall einer späteren Narration. Die Fokalisierung ist intern, das heißt, der Erzähler weiß in der Regel so viel wie die Figuren. Zwar hüpft er zwischen den Reflektorfiguren, aber in den einzelnen Abschnitten bleibt die Erzählperspektive auf den Wissenshorizont der jeweiligen Figur beschränkt. Doch halt! So einfach ist es nun auch wieder nicht. Denn es gibt kleine Abweichungen von der personalen Erzählsituation bzw. der internen Fokalisierung. Beispiele In Kapitel 14 werden in einem Absatz die Gedanken des Wirts vom Wappen von Wismar wiedergegeben, obwohl er nur eine Nebenfigur ist und das Kapitel sonst ausschließlich aus Judiths Perspektive erzählt wird. Der Erzähler macht hier also ohne ersichtlichen Grund einen Abstecher in eine völlig irrelevante Gedankenwelt. Er weiß in dieser Stelle mehr als die Figur Judith, deren Innenleben er willkürlich verlässt, was grundsätzlich auf einen auktorialen Erzähler bzw. eine Nullfokalisierung hindeutet. In Kapitel 22 fragt sich Gregor, ob das, was Knudsen da aufrollt, die Anker-Trosse ist, verwirft diesen Gedanken jedoch. Der nächste Absatz beginnt aber mit den Worten, es war doch das Ankerspül, an dem Knudsen arbeitete. Dieser Satz ist ein klarer Verweis auf Gregors Gedanken und kann somit nur von jemandem kommen, der sowohl Gregors als auch Knudsen Perspektive kennt. In Kapitel 34 tritt der Erzähler sehr deutlich hervor. Knudsen fühlte wieder die Wut, die er auf Gregor hatte. Er wusste nicht, dass es die Wut auf die Partei war, die er an Gregor ausließ. Hier spricht klar ein Erzähler, der Knudsen's Innenleben besser kennt als er selbst. In Anbetracht dieser Absteche in die auktoriale Erzählsituation bzw. Nullfokalisierung müssen wir von einer Dynamik bzw. einer variablen Fokalisierung sprechen. Denn stellenweise bekommen wir eben doch mehr als das Innenleben der Figuren präsentiert. Das ist neben der Verschmelzung der Figuren ein weiterer Unterschied zum Lied von Eis und Feuer, dessen ersten Band wir bereits in einem früheren Video einer Erzählanalyse unterzogen haben. Dort ergeben sich durch die sorgfältig ausgewählten und säuberlich getrennten Momentaufnahmen zahlreiche Froschperspektiven wesentliche Lücken, die zur Spannung und zum Rätselcharakter der Erzählung beitragen. In Sansibar hingegen werden die Froschperspektiven stellenweise durch zusätzliche Informationen ergänzt, sodass ein stark auf das Innenleben der Figuren fokussierter Gesamtüberblick entsteht. Also noch einmal zur Wiederholung. Die Figuren verschmelzen zu einem vielgesichtigen Protagonisten. Die Innenwelt dieses vielgesichtigen Protagonisten wird durch einen Gesamtüberblick über das Geschehen und die Entwicklung der Beziehungen ergänzt. Das bedeutet, Anders gibt umfassende Informationen, damit man den psychologischen gemeinsamen Nenner der so unterschiedlichen Figuren findet. Denn wenn sie alle zu einem Protagonisten verschmelzen, dessen Innenleben kleinkariert dargelegt wird, dann muss man auch einen gemeinsamen zentralen Konflikt benennen können. Auf den ersten Blick stammen die Figuren natürlich aus den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft und aus unterschiedlichen Generationen, sie haben unterschiedliche Probleme und sogar eine unterschiedliche Art zu sprechen, die sich auch im Text widerspiegelt. Doch gemeinsam bilden sie auch einen Querschnitt der Gesellschaft, repräsentieren ihre unterschiedlichen Facetten und jeder fühlt sich auf die ein oder andere Weise verfolgt. Gregor fühlt sich von seiner Partei beengt, Knudsen fürchtet um seine Frau, Chilanda sieht seinen Klosterschüler bedroht und die Welt von Gott verlassen, Judith wird als Jüdin natürlich verfolgt und der Junge hat das Gefühl, in Rierik versauern zu müssen. Oder anders formuliert, alle fünf Figuren sehnen sich nach Freiheit. Und sie erlangen diese Freiheit. Nicht nur beteiligen sie alle sich an einer gemeinsamen Heldentat, einem gemeinsamen Akt des Widerstands, sondern jeder findet auch einen Ausweg aus seiner ganz persönlichen Unfreiheit. Gregor verzichtet auf seine Flucht und durch die selbst auferlegte Mission, die Rettung von Judith und der Statue, deren wichtigste Triebfeder er ist, löst er sich innerlich von seiner Partei und erlangt innere Freiheit. Knudsen überwindet seine Angst und auch wenn er nicht mehr in die Partei glaubt, hat er durch die Rettungsaktion eine alternative Art von Widerstand gefunden. Chilanda hat die Rettung des lesenden Klosterschülers, der in diesem Roman die Freiheit repräsentiert, weil er in Gregors Interpretation jederzeit sein Buch zuklappen und weggehen kann, überhaupt das initiiert. Die Rettungsaktion wird, nicht nur durch die Bedrohung durch die Nazis, sondern auch durch seinen Gesundheitszustand zu einem immer größeren Risiko für ihn und er findet seinen Glauben an Gott wieder, als er sich von ihm abwendet und das Schicksal durch den Akt des Widerstands in seine eigenen Hände nimmt. Judith ist die einzige unter den Figuren, die nicht vor eine Wahl gestellt wird. Denn als Jüdin bleibt ihr einfach nichts anderes übrig, als den sich ergebenden Umständen zu vertrauen. Und sie hat das Glück, in die Konstellation der anderen Figuren hinein zu geraten und nach Schweden geschmuggelt zu werden. Der Junge schließlich bekommt am Ende eine Fluchtmöglichkeit und läuft in Schweden zunächst weg. Doch während der Schmuggelaktion ist er mit dem Konzept der inneren Freiheit in Berührung gekommen, ist Teil eines Netzes von Figuren geworden und Judith hat ihn auch noch gewarnt, dass Knutzen in Schwierigkeiten gerät, wenn er ohne den Jungen zurückkommt. Daher entschließt sich der Junge am Ende doch, verantwortlich zu handeln und zu knutzen zurückzukehren. Aus einer kindlich-egoistischen Flucht wurde eine freie, erwachsene Entscheidung. Repräsentiert der Klosterschüler, der die Figuren zusammenbringt und zu einer gemeinsamen Heldentat bewegt, die Freiheit, dann repräsentiert Sansibar das Streben nach Freiheit. Eingeführt wird dieses Motiv in Kapitel 25 als Tagtraum des Jungen, als Läster von drei Gründen, warum er Rerik verlassen will. Auch wenn nur der Junge von Sansibar träumt, haben, wie gesagt, alle Figuren, die ja miteinander verschmelzen, dieses Streben nach Freiheit und jeder erlangt, wie gesagt, seine ganz persönliche Art davon. Insgesamt geht es aber vor allem um innere Freiheit, um eigenverantwortliches Handeln und Vertrauen. Die gemeinsame Heldentat bleibt dabei unauffällig, im Gegensatz zu spektakulären Hollywood-Blockbustern. Denn wirkliche Freiheit ist vor allem eine innere Entscheidung, die einem keiner wegnehmen kann. Selbst Judith, die ja nicht wirklich für eine Wahl gestellt wird, hat sich bewusst zur Flucht entschieden und sucht nach Möglichkeiten, bis sich eben eine bietet. Was bleibt am Ende also zu sagen? Durch das Fehlen eines zentralen Protagonisten bzw. das Verschmelzen der fünf Protagonisten und einen umfassenden Blick auf sie werden unterschiedliche Facetten des Konzepts Freiheit und der Sehnsucht nach ihr beleuchtet. Jede Gesellschaftsschicht und jede Generation bekommt in Sansibar oder der letzte Grund die Chance auf eine Heldentat und Erlösung. Das, sowie die durchgängige Bezeichnung der Nationalsozialisten als die anderen, löst den Roman ein Stück weit aus seinem historischen Setting heraus, sodass seine Prinzipien auch auf jede andere Zeit bezogen werden können. So kann man in ihm auch eine Kritik am Nachkriegsdeutschland von Konrad Adenauer sehen. Schließlich wurde der Roman 1957 veröffentlicht, kurz nach der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955, also der Wiederbewaffnung Deutschlands, sowie nach dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands im Jahr 1956 und das alles in einem System, in dem nur die Spitze des Nationalsozialismus bestraft wurde, der Rest jedoch seine Karriere fortführen durfte. Anders selbst bezeichnete den Adenauer Staat als Demokratie der schmutzigen Hände und wanderte 1958 in die Schweiz aus. Es ist daher durchaus so wahrscheinlich, dass er seine Leserschaft, die im Erscheinungsjahr überwiegend aus stillen Mitläufern des Naziregimes bestand, zu selbstständigem Denken und eigenverantwortlichem Handeln ermuntern wollte. Und das war es dann für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die Likes, die Kommentare und fürs Teilen. Wenn du die Themen der zukünftigen Videos mit beeinflussen möchtest, ist in der Kreativ Crew immer Platz für dich. Und wenn du gerne ein Lektorat oder eine Beratung buchen willst, freue ich mich auf deine Anfrage per Formular oder E-Mail. Die Links zu beidem findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich veröffentliche neue Videos jeden zweiten Freitag und kann es kaum erwarten, dich hier bald wiederzusehen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!